ähm vorsicht an die bade ja ich halte die rücken frei also bäume fällen kannst du damit nicht okay wir machen blau noch weitere dreh um dreh um dreh um oh shit 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 ich bin gerade mit drei gleichzeitig dran halt das ist das katana geil ich feiere das ding rein extrem oh ja ich brauch mit dem kopf für die kopftunnen lass uns mal eben ein kleines agarfeuer errichten und die ganzen leichen verbrennen er kann ich mir nicht wieder Rüstung machen die war noch nicht tot Alter hab ich mich grad erschrocken das war nicht mehr normal das war jetzt grad nicht normal aber kann nur einen Kopf um das ist feuer gelaufen noch mehr Knochen noch mehr Knochen der Kopf rollt weg es ist noch Leben im Kopf ja wie ich mich erschrocken plötzlich steht die wieder auf wir können gleich noch ein paar Weinsuppe beraten Timmys Drawings bitte? wir können Timmys Zeichnungen platzieren platzieren? ja auch an der Wand Vorsicht bevor du die Knochen aufsammelst nicht zu nah rangehen Knochen so ich bräuchte ich bräuchte noch Zeit glaube ich haben wir noch irgendwo rumfliegen das war's weg und gut äh ich kann mal gucken ob ich ja hast du vielleicht draufgelegt ja aber hier hat Maria Maria guck mal bei Knochen oh guck danke bitte was für den Mann sorry hast du noch einen? noch einen Dreck Dreck bist du eigentlich äh komplett ausrüstet mit Knochen oder so? äh fast ich fehlen jetzt vier Striche ein Grundstrich oder so eine Sache kommt da geh ich auch nochmal drauf ich hab grad ich hab grad ich hab grad Konditionen nehmen das ist wichtig ich hab hier auf die Axte auf 3 auf die Medizin Knie ich hab's noch gar nicht auswendig ich auch nicht ja aber ich glaube ich habe es nicht nur zu dir auch nie was ist halt ganz es ist die Glaubenskierung hier die so ein Knochen oder irgendwie beschriften könnte weil ich wieder machen ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab da war einer Zeit die ich bin ich bin sicher Alex es sei es ist Kassel es ist es ist der L gedrückt und es ist jetzt wieder hier voll zurück das sind nur das ist um 2 2 2 ich habe ich hab' mich sicher da ich bin gut aber wirklich ja es gibt das war's mit dem Geld Alter! Was hast du mir auch da rein? Wie das Geld auch da nehmen Das ist kein Geld Doch, wenn jeder hat die immer noch Geldscheine Ich tue den nur auf den Weg schlagen Ah, jetzt geht's ja Und weeeee Wie der fliegt, ne? Ja, ja Nochmal Geldscheine, okay, auf dich Geben können los Muss auch passen, ich weiß, ob du das schon kennst Die Kreaturen, die von der Decke runterspringen, ne? Fledermäuse über dir Was hat sie die töten? Ich hab sie alle getötet Bei mir sind noch alle da Bei mir sind noch alle da Reiger Ja Ja Es gibt welche, die so Dorfbewohner, die hängen so an der Decke dran Ja Muss ich das sagen Ich hab' ich Angst Alter Mit dem Koffer Mit dem Koffer Mit dem Koffer Nix drin Einzhaft Du musst doch vom Teile bischen, sonst geht dir gar nix Dann wieder Brings Dann wieder Kleidung ist immer nützlich Oh Gott, was ist hier? Hier sind wieder zwei Höhengänge Geh mal gerade aus weiter Hier ist wieder eine Wand Okay, ich komm mal in Folge Schlag mich hier mal gegen den, äh In diese Laterne Bei mir kam aus dem Knochen Blut raus Bei mir kam aus dem Knochen Blut raus Oh Hast du es gehört? Ich erteile dir die Ehre Ey, hier liegt ein Kreuz Jesuskreuz Guckt euch das an Willst du öffnen? Das ist eine gute Idee, dass du das machen Okay Wann stürzt sie die Höhle an? Nein, wegen Geräuschen Ah ja, komm, das hört sich doch gut an Okay Könnte eventuell auch sein, dass wir in der Höhe Die Höhle dann schon warm Oh, oh Kommt zurück Es kommt ja nicht durch Es kommt ja nicht durch Warte, warte Zeig das mal an Ja Okay Warte, 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 warte Mario? Mario? Ja, warte Weg da Weg da, weg da, weg da Weg da, weg da Mario Aber das Ding lebt immer noch ich bin aus die Außen okay also warte nicht durchführen sonst brennt sie gleich auf ich muss irgendwas einsammeln ach so ein Pfeil der war deiner Batterien, wo habe ich Batterien? aber das ist geil ach du scheiße das ist immer mega die große Höhle wo ist das Ding? ich bin auf jeden Fall noch Schritte von so einem Vieh ich bin auf jeden Fall noch Schritte von so einem Vieh okay, wollen wir da erstmal hochgehen? ja, lass erstmal hochgehen ach so ich bin japan okay oh Leo warte auf mich oh es ist aus das Ding ist aus hey, warum ist denn die sofort leer sofort leer das ist deine Taschen schon leer? ja, das geht zügig oh, zu scheiße ähm sorry, ich will dich nicht erwischt im Moment kommt noch keiner von denen nach okay, einer rennt weg Wollen wir uns was zu hochlettern? Nicht dass du es kaputt machen musst du? Ja, zieh das mal an! Don't mind me! Nein! Aber alles brennt! Wenigstens ein Erfolg! Alter, mir ist geil, ey! Oh, sei! So! So! Ah, man kann sich viel schütteln, ne? Ja, komm mal da unten liegen noch ein paar Totenschäden! Das hat auch nicht gehört! Nein, das war ich! Okay, wir wollen weiter! Oh! Ich kann mal da hinten liegen, dass es so hell ist! Oh! Ähm, achso, das warst du jetzt, okay! Glaube ich zumindest, dass ich das war! Warte, ich will mir ein bisschen Licht ins Dunkelbril! Oh, nochmal ein bisschen Bild! Oh! Oh, ein x-marketen Schatz oder was? Jetzt ist es klarer Ketten, aber... Ah! Okay! Wo hast du denn ein Bild gefunden? Ach ja! Oh, ne Ruhe! Oh, ne Ruhe! Du! Seine! Mich hat nur wundert! Das ist so viel Benzin! ja hörst du es? das wäre cool wenn dir irgendwo die was? hast du es gerade gehört? ne was macht es dich? dass es so viel Benzin und so weiter liegt wäre cool wenn hier die Kettensäge irgendwo wäre was ist das hier? ach da geht es immer so weiter wo ist das Feuer? da ich muss auch was essen ah das ist alles hier schon vergammelt äh drop 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 aber da hinten da haben wir ein paar neue Reichen liegen oder hast du noch fleißig sein muss nicht für viele Teile war fühlst du so das ist ja auch hier ein Verständnis auch müssen es auch schon durch nicht essen ja hehehe halt so wie groß der auf einmal ist ja ja ähm das qualmt ein bisschen unser Feuer das qualmt ein bisschen unser Feuer Mario Mario ja 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 das war glaub ich nicht immer so ganz gut das kam glaub ich irgendwie von hier ja ja aber hier ist nichts hier ist hier ist wieder ein Seil also wir haben jetzt die Möglichkeit einmal hoch oder einmal runter zu klettern äh 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 ja 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 okay du scheiße geht es halt runter das ist doch mal viel heller guck mal wie hoch das da ist hier aber über uns so vor uns eingeboren wo sind wir hinten da hinten ist es grün da hinten leuchtet es grün hast du denn? hier sind noch ein paar hier hinten leuchtet einfach grün wie geil hier sind noch ein paar eingeborene vorsicht hier ist es wo sind wir hier sind noch ein paar Untertitelung des ZDF, 2020